Hallo, ich bin Carsten bei Haltern und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal, ich hatte euch ja vor ein paar Wochen versprochen, dass ich, wenn ich Urlaub habe, mal mit euch hier in den Naturwildpaar Granat fahre. Ich weiß nicht, ob man es hinter mir sehen kann, da kann man jetzt schon so ein bisschen Rotwild oder Dammwild sehen. Ich kann es von hier aus auch nicht wirklich erkennen, beziehungsweise unbedingt so genau kann ich es auch nicht immer auseinanderhalten. Ja, wir haben Ferien und dafür, dass ich jetzt in der Woche hier bin, ist es trotzdem Erfolg, würde ich nicht sagen. Aber alleine bin ich hier auch nicht. Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, ob ich ein bisschen näher an die Rehe herankomme. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal, ob ich eine Rehe herankomme ist. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich sage, ich gehe jetzt mal, ob ich mich hier nicht schreibe. Ich würde sagen, 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 du sagst, wie benutzt das Herrliche Fett. Untertitelung. BR 2018 Ja, also der Tierpark ist hier aufgeteilt in mehrere Freigehege, die zum großen Teil, so wie dieses hier auch begehbar sind. Und zwischen mir und dem Wild ist hier kein Zaun mehr. Man merkt schon, dass die Tiere an Menschen gewöhnt sind. Aber näher möchte ich jetzt auch nicht an die Herde herangehen, weil dann werden sie doch ganz schnell auch vertrieben. Ja, und ich bin jetzt hier so ziemlich am höchsten Punkt des Parks. Von hier aus kann man natürlich auch schön die Tiere beobachten. Jetzt schon klasse. Wie viele Tiere hier sind? Die Tiere hier zu Hause gefunden haben. Musik 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 Ja, und von hier oben kann man natürlich auch super das Wild beobachten. Musik 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 Und die Rehe hier sind schon fast frech. Wenn sie sie lässt, fressen sie die auch aus ihrer Schachtel. Na, meine Schachtel. Meine Schachtel. Musik Von wegen scheues Reh. Hm? Du bist aber ganz schön dreist immer. Na, meine Schachtel. Na, meine Schachtel. Musik Hallo. Mehr habe ich nicht. Es ist leer. Wir gucken mich nicht so böse an. Ja, traurig, traurig. Habe ich nichts mehr. Musik Seht ihr, schon hat der Eddy nichts mehr zu fressen. Ist auch nicht mehr interessant. Musik Ich weiß nicht, die kommen jetzt alle hier Richtung Ausgang. Und die Rehe sind hier alle am Bellen. Ich weiß nicht, ich vermute mal... Oder hinten läuft ein Trecker. Ich vermute mal, dass jetzt wohl gleich Fütterungszeit ist. Und die Hülschweine haben sich in die Hütte verkrochen. Musik 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 Ja, ich bin schon wieder am Parkplatz zurück. Ich war ein kleiner Besuch hier im Park. Ich sag mal, ich bin jetzt gemütlich gegangen. Ich denke mal, in zwei Stunden ist man durchgelaufen. Man kann sich natürlich hier noch länger aufhalten. Hier vorne ist ein großes, riesengroßes Hüpfkissen für Kinder. Und ein großer Spielplatz ist auch noch da. Man kann durchaus sich auch noch hinsetzen. Und naja, einen guten halben Tag kann man hier gut und gerne verbringen, wenn man möchte. Musik Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug heute gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich komme immer mal wieder gerne hier hin. Weil, auch wenn das Wild hier nicht mehr ganz so wild ist, aber so nah wie hier, kommt es dem Reh hier normalerweise eigentlich nicht. Deshalb bin ich eigentlich mal ganz gerne hin. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020